Herzlich Willkommen zu Urknall Weltall und das Leben. Der Christian Köberl von der Universität Wien wird heute in seiner Reihe Impakte auf der Erde einen Beitrag, tja, ich weiß gar nicht, wie ich das anmoderieren soll, hier bringen. Also die Fragestellung, was wissen wir über die Entstehung des libyschen Wüstenglases? Und es kommt noch schlimmer, was hat Tut eigentlich Amund damit zu tun? Also Christian, ich hoffe, du kriegst die Kurve. Heute möchte ich gerne etwas erzählen über das sogenannte libysche Wüstenglas. Ein seltsames Glas und wir werden gleich ein bisschen was dazu sehen, wo es vorkommt und wie es aussieht. Aber ich habe auch einen interessanten Untertitel hier dabei. Was hat denn Tutank Amun, der berühmte Pharao aus Ägypten, damit zu tun? Das werden wir dann gleich sehen. Nun, das libysche Wüstenglas an sich ist eine sehr ungewöhnliche, auf der Welt fast einzigartige Art von natürlich vorkommenden Glas. Man findet es im Grenzgebiet zwischen Ägypten und Libyen, und zwar im westlichen Ägypten in der Nähe der Grenze zu Libyen. Der Name libysche Wüste betrifft eigentlich dieses ganze Gebiet dort. Das geht zurück schon auf die alten Griechen, die das so genannt haben, bevor die heutige Grenzziehung überhaupt erfolgt ist. Dieses Glas kennt man seit ungefähr 150, fast 200 Jahren, zumindest für westliche Forscher. Und es kommt vor, in der Wüstengegend, in einem Gebiet von mehreren tausend Quadratkilometern. Die Zahlen, die man in der Literatur findet, die schwanken zwischen ungefähr 2000 und ein bisschen über 6000 Quadratkilometer. Das macht natürlich auch einen Unterschied. Aber es kann durchaus sein, dass natürlich wird dieses Glas auch durch Wind- und Sandbewegung verteilt, dass natürlich ursprünglich der Bereich, in dem dieses Glas vorgekommen ist, kleiner war und dann später einige verstreute Objekte auch weiter weggefunden werden. Nun, hier haben wir eine Karte, die zeigt uns, wo das vorkommt. Hier haben wir in diesem Inset ganz Afrika, da oben ist Ägypten und hier wäre Kairo. Und man fährt hier quer durch die Wüste, hier ist das Niltal, die einzige wirklich grüne Zone in Ägypten. Und hier fährt man durch bestimmte mehrere Oasen durch und dann geht es eigentlich nur mehr querfeldein hier in dieses Grenzgebiet zwischen Ägypten und Libyen. Und dort ist diese Gegend mit dem libyschen Wüstenglas. Hier ist ein Beispiel eines solchen libyschen Wüstenglases gezeigt, ein Foto. Im Gelände sieht das Ganze so aus wie in diesen Bildern hier. Ich habe da noch ein paar weitere Bilder, die das zeigen. Ich selbst war mehrmals auch in diesem Gebiet unterwegs und wir haben die libyschen Wüstengläser dort untersucht, gefunden, die Verteilung auch. Wir sind mit zwei Geländewagen dann quer durch die Wüste dort hingefahren und haben ein kleines Camp aufgebaut, hier gleich in der Nähe einer riesigen Sanddüne. Und dann sieht man hier das relativ flache Gebiet zwischen den Sanddünen mit ganz wenig Gestein da hinten. Zu dem kommen wir dann am Ende dieses kleinen Vortrages noch. Und wir sind jetzt, wir waren im Wesentlichen fünf Leute, die dort gegangen sind und wir haben uns dazu aufgeteilt und sind in einem gewissen Abstand quer durch die Wüste gegangen. Hier sieht man auch ein bisschen eine sehr landschaftlich auch reizvolle Zone dort, diese wunderschönen Sanddünen. Hier haben wir unser kleines Camp mit den Zelten. Wie gesagt, ein paar anstehende Gesteine oder auch sonstige Gesteine, die herumtransportiert wurden, gibt es dort noch. Also das ist das Gebiet. Man darf auch nicht vergessen, das ist tatsächlich Wüste und es ist dort im Sommer vor allem unerträglich heiß. Am besten, man macht Geländearbeit zu einer, was man bei uns eigentlich als Winter oder Frühjahr vielleicht auch bezeichnen würde, eine Zeit, dann ist es tagsüber dort nur vielleicht 30 Grad, aber in der Nacht kann es durchaus sogar frieren. Wir hatten sogar Fälle, wo die Wasserflasche im Zelt in der Früh Eis war. Ja, noch ein weiteres Bild, das uns das Gelände dort sehr schön zeigt. Hier ein Bild, wo man bereits das libysche Wüstenglas, wie es in der Natur vorkommt, wie es dort am Boden in der Wüste liegt, sehen kann. Man muss ein bisschen genauer auch hinsehen. Hier im Vordergrund liegt ein Geologenhammer, also Skala, der ist so üblicherweise ungefähr 35, 40 Zentimeter groß. Und daneben liegen schon einige dieser, wie soll man sagen, weißlich, bisschen gelblich, grünlich schimmernden Gläser. Und wenn man genau hinsieht auf dieses Bild, dann sehe ich viele solche Gläser da herumliegen. Da im Vordergrund, da liegt eines, da unten liegt eines, hier liegen gleich mehrere. Da im Hintergrund liegt eines, dort liegt was, hier liegt etwas, da liegt etwas, da liegt etwas, da hinten liegen zwei. Da auf der Seite, da liegt eines, da liegt eines. Also das ist eine riesige Menge an Glas, das dort in einem relativ kleinen Gebiet herumliegt. Und wenn man das dann einsammelt, dieses Glas, hier wiederum der Geologenhammer als Größenvergleich in jedem Fall, dann sieht man eine Vielfalt an Formen, aber auch Farben. Es handelt sich hier immer um Glas. So, das muss man dazu sagen. Aber manches von diesem Glas ist halt durchsichtig, manches ist milchig-weiß, undurchsichtig. Manche davon sind leicht grünlich, manche sind gelblich, manche sind sogar etwas bräunlich verfärbt. Wir sehen das gerade bei diesem Stück hier unten sehr gut. Da ist im Hintergrund ein milchig-weißes Stück von libyschen Wüstenglas. Und oben drauf gelegt habe ich drei Stücke, die so braune Einschlüsse, braune oder Zonen haben. Besonders schön sieht man das auch hier. Da haben wir so eine milchige Zone, oben und unten. Und dann gibt es so eine braune Schliere da drinnen. Diese Stücke hier oben, da sieht man auch diese eher weißlichen, die eher grünlichen, die eher gelblichen, dann teilweise sehr unregelmäßige Formen. Das hat natürlich damit zu tun, wie mehr oder weniger stark durch Wind und Wasser und Sand diese Gläser erodiert sind. Denn die sind natürlich nicht ganz frisch. Die liegen schon lange Zeit dort herum. Und die Wüste lebt nicht nur im Sinne, dass es dort auch Lebewesen gibt, sondern diese Dünen bewegen sich mit dem Wind. Die sind nicht langzeitstabil. Und so findet man halt viele dieser verschiedenen, manche, zum Beispiel hier sind zwei oder drei kleine Gläser drinnen, die sind fast vollständig durchsichtig. Wirklich wie ein fast helles Glas. Also sehr eindrucksvoll die Vielfalt dieser Gläser. Naja, und jetzt komme ich schon ein bisschen, hier haben wir noch so ein Bild mit den verschiedenen Farben und Formen und auch teilweise durch Wind poliert, teilweise durch Sand oder Wasser angeätzt schon Strukturen. Und jetzt komme ich schon zu dem Punkt, was hat jetzt eigentlich der berühmte Tutankhamun oder Pharao damit zu tun? Nun, eines dieser libyschen Wüstengläser hat man gefunden in einer Art großen Brosche, einem Schmuckstück, im Grab von Tutankhamun. Die Identifikation, dass das ein libysches Wüstenglas ist, hat ein italienischer Forscher im Ägyptischen Museum in Kairo durchgeführt, und zwar mit Hilfe einer zerstörungsfreien Methode, spektroskopischen Methode. Er hat also das Spektrum dieses Glases, das Reflexionsspektrum, sich angesehen und das ist identisch mit dem von libyschen Wüstenglasen. Man sieht natürlich, wenn man hinschaut, schon ganz klar die Farbe, das ist das Gleiche. Übrigens, manche dieser libyschen Wüstengläser hat man in der Gegend gefunden, die sind so als prähistorische Werkzeuge auch verwendet worden. Das heißt, schon zu einer Zeit, bevor die Pharaonen in der Gegend waren, wurden diese Gläser von den dort lebenden Menschen auch als Werkzeuge verwendet. Der Tutankhamun, das ist natürlich ein wunderschönes Stück, der hat aber noch eine andere Verbindung zu etwas, man möchte dann sagen, extraterrestrischem. Wir kommen dann natürlich auch dazu, warum hier ein extraterrestrischer Bezug zu dem libyschen Wüstenglas besteht. Aber der Tutankhamun, da gibt es noch etwas sehr Interessantes, was man berichten kann. Zuerst einmal, wo ist denn das überhaupt? Wovon reden wir hier? Hier ist also noch einmal eine Karte von Ägypten. Nicht vergessen, also hier in diesem Grenzgebiet, dort ist das libysche Wüstenglas. Hier ist Kairo und hier ist eben das Niltal und hier ist die Stadt Luxor. Und gleich in der Nähe von Luxor finden wir ja das berühmte Tal der Könige, wo die ganzen Pharaonengräber sind. Und dort gibt es ja auch dieses weltbekannte Grab, also das Tal der Könige, und dieses weltbekannte Grab, das Tutankhamun, das von Howard Carter Anfang des 20. Jahrhunderts ausgegraben wurde. Gefunden hat man eine ganze Menge interessanter Dinge. Das Grab ist verglichen mit anderen Pharaonengräbern relativ klein. Aber man hat hier gefunden, direkt mit der wunderschön verzierten Mumie, einerseits eine Art Kopfstütze, aber auch einen Dolch, mehrere Dolche, aber einer ganz besonders, und dann noch kleine Dolchklinge, aber ganz kleine Messerklinge hat man auch noch gefunden. Und das Interessante dabei, das hat sich in Forschungen ergeben, wo Kollegen vom römisch-germanischen Zentralmuseum in Mainz aus Kairo dann auch und auch ich involviert waren, wir haben nachweisen können, dieser berühmte Dolch mit dem schönen vergoldeten Griff, aber diese Eisenklinge, die besteht aus Meteoriteneisen. Die chemische Zusammensetzung, die wir gemessen haben, auch das mit zerstörungsfreien Methoden, die zeigen ganz eindeutig, der Eisengehalt liegt bei so ungefähr 86%, der Nickelgehalt bei ungefähr 13%, das ist kein natürliches Eisen, und der Kobaltgehalt bei etwas über einem halben Prozent. Das ist ganz typisch und charakteristisch für Meteoriteneisen. Das heißt, die alten Ägypter haben bereits irgendwo gefallene oder gefundene Stücke von meteoritischem Eisen für ihre Zwecke verwendet. Übrigens, auch eine der Kopfstützen und andere kleine Objekte in den Grabbeigaben von Tutankhamun sind auch aus Meteoriteneisen, aber interessanterweise von einem anderen Meteoriten. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir kommen jetzt dann wieder zurück zu unserem libyschen Wüstenglas hier und versuchen zu erklären, was es eigentlich ist. Natürliche Gläser auf der Welt können verschiedenen Ursprungs sein. Die häufigste Quelle für natürliche Gläser sind Vulkane. Vulkanische Gläser, sogenannte Obsidiane und ähnliche Gläser, die gibt es überall auf der Welt und die sind sehr bekannt. Andere Möglichkeiten, wie Glas entstehen kann, sind zum Beispiel Fulgurite, also Blitzgläser, wo Blitz in den Sand einschlägt, wird durch die enorm hohe Temperatur der Sand dann in Glas umgewandelt. Dann gibt es etwas seltener die Möglichkeit, dass auch durch bestimmte Prozesse, die man Sol-Gel-Prozesse nennt, das ist so eine Art Amorphisierung und der Wassereinfluss auch, es zu einer Glasbildung kommt. Und dann gibt es natürlich die sogenannten Impact-Gläser. Wir werden dann ein bisschen später noch mehr Evidenz sehen, warum wir annehmen, dass es hier eine Beziehung zu Impakten gibt bei dem Glas. Diese Forschungen gehen schon auf Jahrzehnte zurück. Seit, ich würde sagen, den 1970er Jahren, vielleicht auch ungefähr den 1970er Jahren, besteht die sehr dringende Vermutung, dass das libysche Wüstenglas irgendetwas mit Impact oder so etwas Ähnlichem zu tun hat. Auch hier gibt es noch verschiedene Möglichkeiten. Eine der Anzeichen für Impact-Glas im Vergleich zu vulkanischem Glas ist das Vorkommen von bestimmten Mineraleinschlüssen, dazu zeige ich dann noch ein paar Bilder, aber auch das sehr niedrige Wassergehalt in Impact-Gläsern verglichen mit vulkanischen Gläsern. Vulkanische Gläser oder Gläser vulkanischen Ursprungs, soll man es besser sagen, die haben einen Wassergehalt, der oft bis zu in den Prozentbereich hineinragt, während Impact-Gläser unter 0,1 Prozent sind, meistens sogar noch weniger. Libysches Wüstenglas hat auch relativ wenig Wasser. Jetzt sucht man natürlich, wenn wir ein Impact-Glas haben, dann gibt es in den meisten Fällen einen Krater, in dem das Impact-Glas gefunden wird oder in der Nähe dessen das Impact-Glas gefunden wird. Es gibt nur eine Art von Impact-Gläsern, dazu mache ich dann einmal eine separate Vorlesung oder Vortrag, die nennt man Tektite und diese Tektite, die findet man weit weg von ihrem Ursprungskrater, der in manchen Fällen gar nicht mal genau bekannt ist. Es handelt sich hierbei um Material, das gleich in der Anfangsphase eines Einschlages gebildet wird und weit weg geschleudert wird. Aber wie gesagt, das ist eine andere Geschichte. Und in diesem Fall beim libyschen Wüstenglas, deswegen hat man auch gesagt, das ist eine Art geheimnisvolles Glas, denn es gibt keinen direkt sichtbaren Krater dort in der Nähe, wo die Gläser vorkommen, wo sie gefunden werden. Jetzt sucht man natürlich in der Nähe. In der Nähe, die nächsten Krater, sind zwei Krater, die im Osten von Libyen, also nicht weit entfernt vom Westen Ägyptens, vorkommen. Und zwar, die heißen BP und Oasis. Und diese beiden Krater sind jetzt zwar nicht in unmittelbarer Nähe von dem libyschen Wüstenglas, aber auch nicht wahnsinnig weit weg. Hier ist ein Luftbild eines dieser Krater. Das ist der BP-Krater in Libyen, wie gesagt. Der hat einen Zentralberg und dann hier einen Kraterrand. Und früher hat man geglaubt, dass das eigentlich der Kraterrand ist. Aber ich war mit Kollegen dort auch im Gelände. Vor ungefähr 15, 20 Jahren haben wir dort gearbeitet. Und wir haben festgestellt, dass das der eigentliche Kraterrand ist. Und der Krater ist schon ziemlich durch Erosion zerstört. Also dieser BP-Krater, der ist nicht wahnsinnig weit weg, wie gesagt, von dem libyschen Wüstenglas. Und interessanterweise, die Gesteine, die man dort findet, das sind hauptsächlich Sandsteine, die im Alter irgendwo so zwischen Jura und Kreide liegen. Man nennt sie die Nubische Formation, Nuba-Formation auf Englisch, der Nubische Sandstein. Den gibt es in der ganzen Gegend dort und ist bis zu, sagen wir, eineinhalb Kilometern dort mächtig. Und hier habe ich noch ein Bild, das das Ganze in Farbe zeigt, dieser BP-Krater. Übrigens, es ist vielleicht evident, wo der Name herkommt, dieser Krater wurde von Geologen für eine Ölgesellschaft mit dem selben Namen in den 1960er Jahren entdeckt. Auch der andere Krater, den ich jetzt hier nicht zeige, der ist ein bisschen größer. Also dieser Krater ist etwas mehr als zwei Kilometer. Im Durchmesser, wenn wir uns hier eben den Kraterrand anschauen, der andere ist ein bisschen größer, zehn Kilometer. Im Durchmesser, es gab damals auch eine Ölgesellschaft mit dem Namen Oasis. Also Libyen wurde damals sehr stark von Ölgesellschaften erforscht. Das war, wie gesagt, in den 1960er Jahren. Und die Identifikation, dass das beide Impact-Krater sind, die erfolgte dann relativ kurze Zeit später in Zusammenarbeit mit internationalen Geologen und Impact-Experten. Es gibt jetzt hier ein paar Probleme, könnte man sagen. Libyen ist natürlich schon lange nicht ein Land, wo man einfach geologische Geländearbeit machen kann. Und daher war bis vor gar nicht so lange Zeit die Untersuchungen an diesen Kratern sehr wenige, sehr limitiert. Es ist auch das genaue Alter dieser Krater leider noch immer nicht bekannt. Wie gesagt, Kollegen von mir und ich waren Mitte des ersten Jahrzehnts der 2000er Jahre dort vor Ort. Auch das wäre eine lange andere Geschichte, wie das abgelaufen ist mit Aufpassern und Militärpolizei und Touristenpolizei und Geheimpolizei und alle möglichen Polizei, die damit involviert waren. Also da kann man noch viel erzählen. Aber jedenfalls ist es uns gelungen, unter großen Mühen ein paar Gesteine auch auszuführen von dort und die genauer zu untersuchen. Wir haben jetzt Isotopenmessungen gemacht und das muss ich vielleicht ein bisschen genauer erklären. Dieses Diagramm hier, was das bedeutet. Ich werde jetzt nicht in wahnsinnig viel Detail gehen. Das wäre eine geochemische Vorlesung, das genauer zu erklären. Aber jedes Gestein hat nicht nur eine chemische Zusammensetzung. Das ist also die chemischen Elemente. Die fangen natürlich an. Jeder kennt das Periodensystem der Elemente. Es gibt Wasserstoff und Helium und Lithium und Beryllium und Bohr und Kohlenstoff und Stickstoff und Sauerstoff und Fluor und Neon und Natrium und so weiter und so weiter. So geht das dann halt vor. Und dann kommen, und jedes Gestein und jedes Glas, was auch immer, kann man messen, die chemische Zusammensetzung. Jetzt gibt es einige chemische Elemente, die kommen nicht nur in einer Form vor, sondern da gibt es mehrere verschiedene sogenannte Isotope. Die Anzahl der Protonen definiert ja, um welches Element es sich handelt. Also ein Beispiel Kohlenstoff hat sechs Protonen und dann gibt es das Isotop Kohlenstoff 12, das ist das häufigste Vorkommende, das ist stabil, das hat auch sechs Neutronen. Der Kohlenstoff 13, der ist auch stabil, kommt auch in der Natur vor, hat etwas mehr Neutronen, nämlich sieben Neutronen. Daher hat er die Massenzahl dann 13. Sechs plus sieben ist 13. Und dann gibt es auch den bekannten Kohlenstoff 14, das ist ein radioaktives Isotop, das in der Atmosphäre gebildet wird, durch kosmische Strahlung beispielsweise. Der hat acht Neutronen, aber immer noch sechs Protonen, weil sonst wäre es ja kein Kohlenstoff. Und daher hat es die Massenzahl 14. Der zerfällt allerdings, dieser Kohlenstoff, mit der Zeit. Jetzt gibt es Isotope, die entweder radioaktiv sind und selbst zerfallen, oder solche, die durch radioaktiven Zerfall gebildet werden, weil wenn etwas zerfällt, dann muss ja ein Tochterprodukt herauskommen. Und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, ein Isotop des Elements Rubidium zerfällt in ein anderes Isotop des Elements Strontium. Und jetzt macht man so Elementverhältnisse, oder Isotopenverhältnisse zueinander. Und das gleiche gibt es auch für das seltene Erdelement Samarium, wo ein Isotop in ein anderes Isotop des seltene Erdelements Neodym zerfällt. Und diese Isotopenverhältnisse kann ich jetzt gegeneinander aufzeichnen. Und da haben verwandte Gesteinsarten, oder solche, die durch ähnliche Prozesse entstehen, die sind in ähnlichen Gebieten eines solchen Diagramms. Und hier aufgetragen sind die Isotopenverhältnisse, die wir gemessen haben, für zum Beispiel diese Tektite, die ich erwähnt habe, diese natürlichen Gläser, die man weit weg von verschiedenen Kratern findet, wenn man überhaupt den Krater kennt, Elfenbeinküsten-Tektite, australasiatische Tektite, zentralasiatische Tektite, kennt man teilweise auch unter dem Namen Moldavite, oder nordamerikanische Tektite. Und jetzt kann man auch dieses libysche Wüstenglas messen, das ist hier in dem Diagramm. Die Gesteine von den beiden Kratern, BP und Oasis, die sind in diesem Gebiet. Manche sind also relativ nahe an dem Gebiet, wo das libysche Wüstenglas herkommt, manche sind schon etwas weiter weg in dem Diagramm. Das könnte man jetzt so interpretieren, dass die Gesteine zumindest ähnlich sind. Es könnte auch Material vorhanden sein, das identisch ist. Aber so genau wissen wir das nicht. Was wir aber auch noch nicht wissen, und das habe ich schon gesagt, ist, wie alt eigentlich diese Krater sind, und wie wir das daher in Zusammenhang bringen können mit dem libyschen Wüstenglas. Das heißt, diese Untersuchungen, könnte man sagen, sind nicht hundertprozentig zu einem bestimmten Resultat führend, kann man sagen. Also nicht ganz eindeutig. Na gut. Aber, das wollte ich einmal nur hier gesagt haben. Jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt. Ich habe es noch nicht gesagt, wie alt das Glas eigentlich ist. Das libysche Wüstenglas ist ungefähr 29 Millionen Jahre alt. Nun, das ist nicht ganz jung. Das ist etwas nach dem Ende des Eocenen, schon im Oligocenen drinnen. Diese Krater, die wir untersucht haben in Libyen, die sind wahrscheinlich älter. Aber genau können wir es eben noch nicht sagen, weil dort vor Ort ist nämlich noch nichts gefunden worden, kein Schmelzglas oder sonst irgendwas, was man vernünftig datieren kann. Wir haben natürlich diese Untersuchungen, diese Isotopenmessungen auch. Unsere sind ungefähr so 15 Jahre alt, ein bisschen mehr vielleicht, 16, 17 Jahre. Andere Messungen sind 30 Jahre alt. Momentan ist das Gebiet aufgrund der Unruhen nicht wirklich erreichbar. Wir haben noch ein paar Gesteinsstücke. Man könnte natürlich auch heute mit neueren Methoden versuchen, ob man noch eine Datierung durchführen kann. Aber wie gesagt, man hat es schon oft probiert und es noch nicht geschafft. Aber das libysche Wüstenglas, das wurde datiert. Allerdings auch nur mit einer für Glas etwas ungewöhnlichen Methode. Denn normalerweise verwendet man eine Datierungsmethode, die man als Kalium-Argon-Methode bezeichnet, wo ein Isotop des Elements Kalium, das ist ein sehr häufig vorkommendes Element, es wissen viele Leute nicht, dass ungefähr 10% des in der Natur vorkommenden Kaliums radioaktiv sind. Das heißt, das ist sogar ein essentielles Element, das ist überall im Salz auch drinnen. 10% davon sind radioaktiv, zerfällt mit einer relativ langen Halbwertszeit, der Größenordnung von einer Milliarde Jahre. in ein Isotop des Elements Algon. Diesen Zerfall kann man dann heranziehen, um ein Alter für so ein Glas zu bestimmen. Das macht man bei vulkanischen Gläsern, bei Impa-Gläsern üblicherweise auch. In dem Fall ist das Problem, dass das libysche Wüstenglas fast reines Siliziumdioxid ist, also fast reiner Quarzschmelze. hat also zwischen 96,5 und 99% SiO2, also Quarz drinnen, und ganz, ganz wenig Kalium. Und dann sind solche Gläser, wenn sie so älter werden, auch, die verlieren dann auch gerne das Argon, das ist auch nicht ganz stabil. Also es war bisher nicht erfolgreich, die übliche Kalium-Agon-Datierungsmethode für das libysche Wüstenglaser anzuziehen. Deswegen hat man eine sogenannte Spaltspurenmethode verwendet. Das lasse ich jetzt einfach so da stehen, das würde zu lang dauern, diese Methode auch noch zu erklären. Dann kann man natürlich die chemische Zusammensetzung des Glases auch messen, zum Beispiel die sogenannten Selten-Erdelemente, das ist eine Gruppe im Periodensystem, beginnt mit Lantan, Zea, Samarium, Neodym, Aeropium, Gardolinium und so weiter und so weiter. Und die zeichnet man meistens in einer normierten Form dann auch noch auf und die haben eine typische Zusammensetzung für die obere Erdkruste in dem libyschen Wüstenglas. Und die Isotopendaten, die wir gerade auch gesehen haben, auch die sind typisch für obere Erdkruste und beispielsweise nicht typisch für vulkanisches Gestein oder Gestein, das aus dem Erdmantel kommt oder Gläser, die damit zusammenhängen. Das ist das eine. Also die chemische Zusammensetzung des libyschen Wüstenglases weist ganz klar auf eine Entstehung von der oberen Erdkruste hin. Jetzt, wenn man sich das libysche Wüstenglas rein optisch anschaut, wir haben vorhin Bilder gesehen, klares Glas, durchscheinend oder milchiges Glas, man sieht fast keine Struktur. Jetzt gibt es aber bestimmte Methoden, wie man Strukturen sichtbar machen kann, die doch vorhanden sind. Und das ist ein Bild, das nennt sich eine sogenannte Kathodolumineszenz-Aufnahme. Das ist nichts anderes. Man beschießt die Probe mit Elektronen im Wesentlichen und schaut, wie das Licht zurückkommt, was da an Licht induziert wird. Das ist etwas sehr Interessantes. Auf einmal, wenn ich mir da hier einen normalen Dünnschliff unter normalem Licht anschauen würde, dann wäre das fast klar, vielleicht ein paar leichte, hell-dunkel-Schlüren zu erkennen. Aber es ist erstaunlich, welche Art von Struktur, also eine Art Fließstruktur, kann man sagen, man in dieser Kathodolumineszenz-Aufnahme hier sehen kann. Das ist schon mal eindrucksvoll. Und das hat natürlich viele interessante Auswirkungen. Man kann jetzt auch anschauen, im Elektronenmikroskop, da haben wir auch so ein Bild. Das ist das normale, rückgestreute Elektronen, wo man normalerweise schon Änderungen in der inneren Struktur sehen kann. Und hier daneben dasselbe in Kathodolumineszenz, jetzt nicht in optischer, sondern unter elektronenmikroskopischer Aufnahme. Deswegen ist das nur einfärbig. Und da sieht man auf einmal, hier zum Beispiel, das ist in diesem rückgestreuten Bild kaum zu erkennen, da ist irgendeine Struktur drinnen, hier ist eine Struktur drinnen. Da hier sieht man, da ist irgendein Körnchen drin, das sieht man hier viel deutlicher. Also das sind Methoden, die wir in der Analyse verwenden, dass wir zum Beispiel solche Strukturen auch sichtbar machen. Und was man zum Beispiel hier vermutet, ist, das sind Quarzkristalle, die zwar amorph geworden sind, aber noch nicht komplett homogenisiert sind mit dem Rest der Schmelze. Hier ein anderes ähnliches Bild, auch hier wieder auf der linken Seite, das Rückstreuelektronenbild, im Elektronenmikroskop und daneben, mit einem jetzt optischen Detektor, aber auch im Elektronenmikroskop, die Kathodolumineszenz dargestellt. Also wunderschön, diese inneren Strukturen, die zeigen, dass das Glas zwar eine Hochtemperaturvergangenheit hat, aber noch nicht alles homogenisiert ist, wie zum Beispiel in Tektiten, würde man das in dieser Form nicht mehr sehen, da ist die Homogenisierung schon weiter fortgeschritten. Jetzt zu einem anderen interessanten Charakteristikum dieses Glases, und zwar diese Schlieren, diese braunen Schlieren, die man in manchen der Gläser sehen kann. Hier gegen die Sonne gehalten, ganz besonders schön zu sehen, da sieht man die ganz durchscheinenden, hellen Zonen, und dann hier ein bisschen bräunlich, und hier ganz dunkel was drinnen. Nun, ganz klar, irgendetwas ist hier zu dem Glas zugemischt, irgendwas ist da dabei, das die Farbe ändert. Das ist also ganz klar was. Das ist hier ein ähnliches Bild im Dickschliff, nicht Dünnschliff, Dickschliff. Hier ist eine Glasscheibe, ungefähr knapp einen Millimeter dick, herausgeschnitten aus so einem libyschen Wüstenglas. Auch hier sieht man sehr schön die hellen Gebiete, und so wie, fast wie kleine Wolken da drinnen. Das Stück ist ein paar Zentimeter groß, sieht man diese dunklen Schlieren. auch hier wieder die Flussrichtung des Glases, und die Fließrichtung des Glases, und man sieht hier, das ist so ein bisschen was hineingemischt, so turbulent, so ähnlich wie wenn man einen Tropfen Tinte zum Beispiel in Wasser hineintut, dann sieht man das auch so, diese Schlieren da drinnen dann. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist das? Und die Antwort ist, Meteoritenmaterial. Und es gibt mehrere unabhängige Messungen bereits davon. Begonnen hat das Ganze, französische Forscher haben gemessen, die Häufigkeit der sogenannten Platinmetalle, die hier als PGE, Platinum Group Elements, also Platin Gruppenelemente, bezeichnet sind. Und wenn ich jetzt die Häufigkeit dieser Platin-Elemente im libyschen Wüstenglas normiere auf die Häufigkeit in Meteoriten, dann sollte normalerweise eine ziemlich flache Kurve in so einem Diagramm herauskommen. Das sind also die normierten Häufigkeiten. Und das tun sie in dem Fall auch, interessanterweise. Also diese Ecken, das ist jetzt nicht, wenn dann wäre, was ganz Drastisches, was rauf und runter geht, wäre was anderes. Das ist eine relativ flache Kurve hier. Die liegt bei, naja, ein bisschen über einem Tausendstel einer meteoritischen Beimischung. Das ist natürlich nicht wahnsinnig viel. Und trotzdem, aber noch gut messbar, weil das Hintergrundmaterial ist fast reiner Quarz. Also zu diesem fast reinen Quarz mische ich ganz wenig so einer extraterrestrischen Komponente dazu. Das bedeutet ganz klar, dass wir hier eine Wechselwirkung mit einem außerirdischen Objekt haben. Ich sage es einmal so vorsichtig. Wie gesagt, diese ersten Daten kamen von französischen Kollegen. Ich selber habe dann vor ungefähr 20 Jahren die Zusammensetzung des Elements, sein Platinelement, des Elements Osmium gemessen. Und zwar auch wieder die isotopische Zusammensetzung. und hier gibt es einen ganz deutlichen Unterschied zwischen Osmium, das aus irdischen Quellen stammt, und Osmium, das aus meteoritischen Quellen stammt. Und was ich gefunden habe ist, dass die Osmium-Isotopen-Zusammensetzung dieser braunen Schlieren in dem libyschen Wüstenglas eindeutig meteoritischen Ursprungs ist. Etwas später habe ich dann mit Kollegen in den USA noch gemeinsam Messungen der isotopischen Zusammensetzung des Elements Chrom gemessen. Die erlaubt uns sogar nicht nur festzustellen, ob es eine meteoritische Komponente gibt, sondern gibt uns sogar noch Hinweise auf welche Art von Meteorit. Hier möchte ich allerdings nicht mehr dazu sagen, denn diese Untersuchungen, obwohl sie teilweise schon einige Jahre zurückgehen, sind noch nicht ganz abgeschlossen und wir haben es auch noch nicht vollständig publiziert. Aber jedenfalls auch diese Messungen haben uns eindeutig eine meteoritische Komponente angezeigt. Was heißt das jetzt? Das heißt eigentlich, dass wir andere Entstehungsprozesse, die früher auch ventiliert wurden, wie zum Beispiel eine Entstehung in einem Sol-Gel-Prozess, ein Niedertemperatur-Amorphisierungsprozess, oder auch vulkanische Sachen, oder auch die Entstehung in Blitzen, da hätte es aber sehr viel blitzen müssen, dort ungewöhnlich. Also das können wir alles ausschließen und wir sind jetzt ähnlich, wir bleiben bei einer Entstehung, die extraterrestrische Körper involviert. Und natürlich die logischste Erklärung wäre, es ist ein sogenannter Impact, ein Krater, und in dem Krater werden Gläser gebildet und das ist das, was übrig ist. Stellt sich dann natürlich die Frage, naja, aber wo ist eigentlich der Krater? Wir haben schon festgestellt, es gibt zwar in der Nähe diese Krater in Libyen, aber da sind wir eher nicht sicher, dass die die Quelle sind, außerdem sind die ein bisschen, doch ein Stück entfernt, und warum gibt es das Glas dann nur weiter weg, aber nicht genau dort? Naja, es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, zu der kommen wir dann auch noch gleich. Aber die Anzeichen oder Hinweise, dass wir es tatsächlich mit einem Impact zu tun haben, da gibt es einige. Zum Beispiel diese sogenannten Schlieren, die man da gefunden hat, da hat man auch drinnen gefunden, ein Mineral, das ist eine Hochtemperaturschmelze von Quarz, die man zum Beispiel aus Sand machen kann, das nennt man Lechatelierit. Das kennt man eigentlich nur von Impact, auch Badeliit, das ist ein Hochtemperatur-Zerfallsprodukt des Minerals Zirkon, kennt man eigentlich auch nur von Impact-Gläsern. Aber es gibt diese alternative Hypothese, die hauptsächlich von Kollegen aus den USA auch vertreten wird, ein sogenannter Airburst. Im Jahr 2013 ist über der Gegend der Stadt Chelyabinsk, über Russland, ein Meteorit explodiert in der Luft. Das wäre ein Airburst. Der hat also den Boden nicht erreicht, die Druckwelle hat aber sehr wohl den Boden erreicht. Und wenn das ein viel größer, und diese Airbursts können in unterschiedlicher Höhe passieren, und wenn das jetzt ein Airburst ist, der größer war, der über dem Sandboden passiert ist, dann ist die Idee, man hat das auch hier dann noch berechnet, dann schmilzt der den Sandboden auf, und es kann natürlich noch ein kleines Stück nicht explodieren in der Luft, das bleibt übrig, und das knallt dann auf den Boden drauf, so eine Art Mischung zwischen Airburst und Impact. Das ist die Idee, die die Kollegen gehabt haben. Das Problem, würde ich fast sagen, ist, Airbursts sind kleinere Objekte als solche, die direkt durchkommen zum Boden und einen Impact machen. Und wir wissen aus der Statistik, dass je größer der Körper wird, der mit der Erde zusammenstößt, desto seltener passiert das. Mit anderen Worten, wir kennen aber ungefähr 200 Impact-Krater auf der Erde, auch viele, viele kleine. Wir kennen aber nur ein einziges Vorkommen von so etwas wie libyschen Wüstenglas. Es gibt noch ein, zwei andere natürliche Gläser, wo deren Entstehung noch nicht ganz genau geklärt ist. Die könnte man von mir aus noch dazu rechnen. Aber, wenn solche Airbursts ja viel häufiger vorkommen würden, als Impakte, dann müsste man eigentlich hunderte solche Vorkommen auf der Erde finden, von solchen Airburstgläsern. Tun wir aber nicht. Also, das ist für mich ein großes Problem dieser Airburst-Interpretation. Und wenn wir es ja jetzt ein bisschen vergleichen, ich habe schon gesagt, es ist natürlich möglich, mit dieser Airburst-Methode, vor allem über Sand und ähnlichen Oberflächen, große Mengen an Schmelze zu erreichen. Aber, wie gerade gesagt, warum finden wir das sonst nirgendwo? Abgesehen davon, noch ein kleines Problem. Die libyschen Wüstengläser haben eine andere chemische Zusammensetzung, auch isotopische Zusammensetzung, als der Sand, der an der Oberfläche ist. Und eigentlich wäre der Sand doch der, der als erstes schmelzen würde. Sie haben aber eine ähnliche Zusammensetzung, wie die darunter liegenden nubischen Sandsteine. Also, irgendwas passt da nicht so ganz zusammen. Und anderer Seite, Impact, Impact kommt häufig auf der Erde vor, Impact findet man, auch die Zumischung von meteoritischem Material, ist in Impact-Gläsern häufig bekannt. Also, das würde ganz gut passen. Auch diese Hochtemperaturprodukte, wie Lechertellerie, die man da drin findet, würde zum Impact-Glas passen. Das Problem wiederum hier ist, wo ist der Krater? Und, wieso finden wir da so doch relativ große Mengen an Glas? Also, so oder so, das libysche Wüstenglas bleibt ungewöhnlich. Jetzt komplizieren wir die Geschichte noch etwas. Schon im Jahre 2001 hat eine kleine Gruppe aus Deutschland, Barbara Kleinmann, Peter Horn und Falko Langenhorst, Peter Horn ist leider in der Zwischenzeit schon verstorben, geschockte Minerale, geschockte Quarzkörner in Sandsteinen gefunden, die man dort in der Gegend vom libyschen Wüstenglas gefunden hat. Das war eine sehr, sehr interessante Entdeckung. Kritisiert ein bisschen wurde die Arbeit deswegen, oder nicht kritisiert, die Identifikation der geschockten Minerale war eindeutig, aber das kleine Problem war, diese Sandsteine, das waren nicht anstehendes Gestein, sondern nur Sandsteinstücke, die man an der Oberfläche gefunden hat, die auch durch Wind und Wetter und Sandtünen transportiert hätten werden können. Vielleicht sind die nicht von dort, sondern von woanders dort hingekommen. Das kennt man in Europa übrigens von Gletschern, vor allem während der Eiszeit, die geschockte Gesteine von Kratern über hunderte Kilometer verschoben haben. Als ich bei einer meiner Forschungsreisen dort in der Gegend war, habe ich jetzt anstehendes Gestein gesammelt, also nicht irgendwelche Stücke, die nur herumgelegen sind, sondern tatsächlich von einem direkt aus dem Boden herauskommenden Gestein was runtergeklopft und die haben wir jetzt hier untersucht. Das habe ich zusammen mit meinem frühen Studenten und Mitarbeiter Ludwig Ferrier gemacht und was haben wir gefunden? Anzeichen für Schock. Auch im anstehenden Gestein in der Gegend des libyschen Hüsten Glases. Einerseits sogenannte planare Brüche, wie hier in diesem Foto schön zu sehen, wobei die Orientierung dieser Brüche relativ zur langen Achse des Quarzkristalls in die Details möchte ich ja gar nicht gehen, auch charakteristisch für Schock ist. Andere ein weiteres Bild für solche planare Brüche. Dann haben wir gefunden, etwas, was man erst seit wenigen Jahren auch ganz charakteristisch für die Identifikation von Schock heranziehen kann. Entlang solcher planaren Brüche kommen solche ganz kleinen man sieht das hier ganz vorsichtig solche kleinen planaren Zeichnungen vor, die nennt man Feather Features oder so wie Federn, weil die halt so ähnlich wie Federn auch aussehen. Auch da hat man festgestellt, dass das etwas charakteristisches ist für Impact Schock und dann haben wir gefunden. In dem Bild sieht man das sehr schön sogenannte planare Deformationselemente auf Englisch Planar Deformation Features. Hier handelt es sich und man sieht das auch an der Skala hier das sind 50 Mikrometer um sehr eng nebeneinander befindliche planare Zonen die sehr auch nicht sehr breit sind sehr eng sind und die sehr geringen Abstand zueinander haben ein weiteres Bild wäre hier und ein das ist nicht also ich glaube wir gehen zu dem Bild hier wieder zurück dieses Bild zeigt also wirklich sehr schön diese Planare Elemente die kommen nicht nur in einer Orientierung vor sondern in mehreren Orientierungen und diese Orientierungen sind charakteristisch für Schockdruck und zwar für Druck der viel viel höher ist als das was man bei natürlich auf der Erde sonst vorkommenden Prozessen finden kann also irgendwelche normalen Gesteinsdeformationen aber sogar auch vulkanische Eruptionen da ist der Druck um einen Faktor 100 oder 1000 geringer als das was man bei einem Impact erreichen kann und daher sind diese planaren Deformations Strukturen ganz charakteristisch für Impact Schock aber hier ein Beispiel wenn man so etwas sieht manche Leute sagen das sind planare Deformationselemente und da muss man dann sagen Moment mal wenn ich jetzt hier anlege etwas was wirklich gerade ist dann sieht man dass die nicht gerade sind dass die nicht ganz parallel sind und dass das hauptsächlich auch Flüssigkeitseinschlüsse sind die entlang von vielleicht Bruchzonen laufen so etwas ist also nicht charakteristisch für Schock findet man aber immer wieder auch in der Literatur wo Leute glauben halt jemand mit weniger Erfahrung dass so etwas durch Impact entstanden sein kann also nicht alles was seltsam aussieht in einem Kristall das ist jetzt nicht im Glas das ist in den Gesteinen die dort vorkommen wo die Gläser auch gefunden werden dann finden wir eben diese schönen Strukturen das heißt was wir damit gefunden haben wir haben vor kurzer Zeit publiziert wir haben eindeutig nachweisen können dass Gesteine die dort vor Ort vorkommen wo man auch das libysche Wüstenglas findet geschockt sind zwar nicht sehr stark geschockt aber doch geschockt und das heißt dass die frühere Arbeit von Kleinmann und Kollegen schon den richtigen Weg gewiesen hat obwohl das Gestein war das dann vielleicht abgebrochen ist von diesem Grundgestein hat es schon gezeigt dass es dort Schock gibt das heißt unsere Interpretation ist die dass mit diesen Messungen wir nachweisen konnten dass es dort tatsächlich einen physischen Impact gegeben hat in der Gegend wo das Glas jetzt ist das heißt der Krater war irgendwann einmal da ist aber jetzt in den letzten fast 30 Millionen Jahren durch Erosion bereits zerstört verschwunden das ist nicht ungewöhnlich wenn der jetzt nicht wahnsinnig groß war der Krater dann und das passt auch mit dieser Messung zusammen dass die den Schock den wir gefunden haben der ist nicht sehr hoch das deutet darauf hin dass die stark geschockten Teile die oben in dem Krater drin sind die sind schon weg durch die Erosion man ist in einem gigantischen Sandstrahl gebläse könnte man sagen und dass das schon weg ist und dass sozusagen der Krater jetzt wir sind jetzt schon am Boden des ursprünglichen Kraters und deswegen und auch weil die ganze Gegend von Sand bedeckt ist und es ist es schwierig nachzuweisen ist dort noch der Überrest einer kreisähnlichen Struktur oder nicht wir wissen es noch nicht Forschung geht immer weiter das ist etwas was für die zukünftigen Forscher Generationen wenn die Gegend wieder zugänglich sein wird vielleicht kann man dann vor Ort auch geophysikalische Messungen seismische Messungen zum Beispiel machen magnetische Messungen genauere wo man dann vielleicht feststellen kann ob es dort einen erodierten Krater gibt oder nicht was wir nach wie vor nicht genau wissen oder oder wo wir schwierigkeiten haben das zu interpretieren was ist mit dem krater passiert einerseits aber andererseits auch warum haben wir so viel Gas ich habe aber noch einen Nachweis dafür dass dort einerseits hohe Temperaturen geherrscht haben aber andererseits auch Schock und das ist eine andere Messung die haben wir gemacht zusammen mit Kollegen in Australien hier in dem libyschen Wüstenglas wir gehen jetzt zurück zum Glas nicht die Gesteine sondern das Glas in dem Glas finden sich auch Zirkone Zirkon ist ein Mineral das in geringen Mengen in Sandsteinen zum Beispiel durchaus nicht selten ist in dem Fall ist dass diese Zirkon Körner die alle kleiner sind als 50 Mikrometer also schon sehr klein wir haben hier so ein Familien Portrait von vielen solcher das sind keine Zirkone mehr sondern das ist bereits Zirkon das durch hohe Temperatur sich zersetzt hat in ein anderes Mineral das hauptsächlich Zirkon Oxid ist Badellit und ähnliche Sachen und deswegen hat das auch seine seltsame Struktur das ist eine Aufnahme in einem Elektronen Mikroskop wo man die unterschiedlichen Elementverteilungen sehr schön sieht also hier Zersetzungsstrukturen teilweise Zersetzungen hier zum Beispiel da ist noch Zirkon übrig und hier ist schon eine Zersetzung erfolgt also alle diese Dinge sind Hinweis auf bestimmte Vorgänge die mit hohen Temperaturen zusammenhängen hier etwas ganz besonders Interessantes hier ist ein Zirkon der durch eine Phase gegangen ist der hat sich zersetzt Hochdruckphase das nennt man Raidit das ist wieder ein anderes Mineral das aus Zirkon entstehen kann und danach ist es zerfallen das heißt diese mikroskopischen Aufnahmen die zeigen uns das sind komplizierte Auswertungen ich kann hier nicht in Details gehen aber jedenfalls zeigen uns die dass hier einmal das Mineral Raidit das unter hohem Druck nämlich 30 Gigapaskal das ist ein höherer Druck als der den wir in den Gesteinen vor Ort festgestellt haben entstanden ist das heißt hier haben wir einen direkten Nachweis dass in den Gläsern geschockte Minerale vorhanden sind die einem Druck von mindestens 30 Gigapaskal unterworfen waren und damit eindeutig ein Impact Prozess involviert ist solche Drucke kann ich nicht durch Airbursts erklären und auch nur ganz schwer durch Objekte die zuerst einen Airburst gemacht haben und dann noch ein bisschen Material auf dem Boden aufgeschlagen haben und wir haben dann auch eine Arbeit veröffentlicht in der internationalen Zeitschrift Geology vor kurzer Zeit wo wir sagen dass vielleicht diese Airbursts etwas überschätzt werden in ihren Effekten vielleicht kommen die auch nicht so häufig vor weil eben dieses Glas wahrscheinlich doch eher nicht durch Airburst sondern durch einen Impact entstanden ist weil sonst so ein Airburst der 100 Meter Objekt involviert in der Erdatmosphäre explodiert müsste ungefähr alle 10.000 Jahre auf der Erde einmal vorkommen wir haben aber keine geologischen Nachweise dafür dass das tatsächlich so oft vorkommen würde und das ist eigentlich gut für uns also das ist natürlich auch jetzt konsistent zusammen mit den geschockten Quarzen die wir vor Ort gefunden haben die Kleinmann schon 2001 gefunden haben und diese Messungen an den Zirkonen und damit ist die eigentliche die Schlussfolgerung es gab einen Einschlag nicht nur vielleicht auch einen Airburst aber es gab jedenfalls einen Einschlag der erklärt die Mischung des extraterrestrischen Materials in dem Glas und der erklärt die ganzen Schockstrukturen die wir jetzt gerade erst in der letzten Zeit gefunden haben und der Krater der einmal da war ist jetzt schon vor Ort dort und ist jetzt durch Erosion fast vollständig zerstört die Aufgabe für die Zukunft ist weitere Überreste dieses Kraters auch noch zu finden und das wäre ein Überblick über das mysteriöse libysche Wüstenglas ich glaube einige der Mysterien konnten hier gelöst werden es bleiben aber wie immer in jeder guten Forschung noch Fragen übrig viele Forschungen werfen auch immer neue Fragen auf und das ist gut so denn die Forschung geht immer weiter ja und damit danke ich für heute für die Aufmerksamkeit hier die das